Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Entsafter aus dem Hause AMZ Chef. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser Slow Juicer für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Entsafter werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Wozu ist so ein Entsafter überhaupt nützlich? Nun ja, viele Leute wissen heutzutage glücklicherweise, dass eine vitaminreiche Ernährung für die Gesundheit sehr wichtig ist. Und das ist aber nicht immer so einfach umzusetzen. Mit so einem Entsafter bekommst du aber im Idealfall aus gesunden Früchten, teilweise natürlich auch aus Gemüse, den gesunden Saft. Und der ist natürlich leichter zu konsumieren, als wenn man sich da ewig das Obst und Gemüse zusammenschnippelt. Und deswegen kann so ein Entsafter in der Küche durchaus ein nützliches Gerät sein. Ob man so einen Slowjuicer unbedingt braucht, das muss wahrlich jeder selbst entscheiden. Manche Leute kommen auch ohne gut aus, andere sagen, hey, genau das Richtige erleichtert mir viel Arbeit. Das musst du natürlich selbst entscheiden. Preislich würde ich ihn als einen Entsafter in etwa im günstigen Mittelfeld sehen. Ist natürlich auch eine Einschatzungssache, ganz klar. Es gibt viele Entsafter auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Du hast hier mit weniger als 60 Dezibel einen leisen Betrieb, wobei das natürlich auch jeder selbst einschätzen muss, wie leise er das findet. Leicht zu reinigen, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt von Küchengerätschaften. Kompakt, tragbar, das ist auch sehr, sehr wichtig. Auch ein Vorteil, wie ich finde. Und genau so, was haben wir hier noch? Hier gibt es einen Soft-Modus und einen Hard-Modus. So kannst du, je nachdem, um welches Obst oder Gemüse es sich handelt, das soll ein bisschen variieren, was auch durchaus als Vorteil angesehen werden kann. Insgesamt betrachtet gefällt mir, was dir hier aus dem Hause AMC Chef geboten wird. Ich würde das insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für einen Entsafter bezeichnen, ob es für dich der richtige Slowjuicer ist oder nicht. Diese Frage musst du natürlich alleine beantworten. Ob man sowas generell braucht oder nicht, das muss wirklich jeder selbst entscheiden. Manche Leute sagen, ein Entsafter, super praktisch in der Küche, will ich nicht mehr vermissen. Andere sagen, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Eine sehr individuelle Frage und überleg dir auf jeden Fall selbst, ob du das brauchst. Mach dir auch noch dein eigenes Bild zum Entsafter aus dem Hause AMC Chef. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und ciao!